Das sind jetzt gerade zwei Bussaren, da fliegen noch zwei Raben vorbei. Und da sind zwei Bussaren ganz weit oben. Die sind hier, da sind wir hier, da sind wir hier. Und da sind wir hier. Jetzt ist es 8.58 Uhr, wir haben den 24. Dezember 2022. Jetzt habe ich doch nicht zwei Busslade gesehen. Heute haben wir die ganze... Es ist nicht so... Es ist bewölkt, es regnet, dann kommt kaum etwas vor die Kamera.